Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich war mal wieder shoppen und da habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Shopping-Video. Jetzt muss ich nur gucken, welcher Karton das ist, weil ich darf jetzt nachmittags das Video machen, weil wir sind gerade vom Arzt gekommen, meine Tochter und ich. Das ist schwerer, das kann ich noch nicht machen. Das kann ich heute Abend machen. Das geht jetzt so einfach nicht. So und hier habe ich, ich weiß nicht, ob ich da einen Hardware-Check großartig machen werde. Ich werde jetzt hier ein Unboxing machen und das Produkt, was hier drin ist, heute auch benutzen. Denn heute ist Freitag. Und mal gucken, vielleicht mal später dazu nochmal irgendwas. So und da haben wir was. Hat der Papa sich mal was gegönnt? Die ist aber klein. Ich hätte die jetzt eher größer erwartet, aber die ist nicht größer. Die ist echt klein. Ach, wir machen komplett das Unboxing. Wir packen das. Oh, wie sieht der Karton aus? Guckt euch das mal an. Hier. Sieht aus wie frisch durch den Arsch gezogen. Ja, kommt aus UK. Wo kommt der her? Er ist glaube ich auch nicht versandt durch Amazon. Es war auch, äh 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 äh. Es war auch, äh äh äh, äh äh, dings gewesen. Hier sag ich schon Prime. Aber.. Na ja. So da steht meine Adresse, und da steht aber nicht, wo die herkommt. Ich glaube das kam aus UK, glaube ich. Ich glaube bei Amazon, wo ich bestellt hatte, stand irgendwas drin, dass das aus UK kommt und hier guckt mal Skype steht da und Full HD, also 1080p. Also ich habe mich jetzt hier nochmal, das kotzt mich jetzt an mit dem Karton. Den ruppe ich zwar sowieso auf, aber ich bin ja immer so, ich kipp ja sowas auch gerne mal auf. Ich kotze mich jetzt so ein bisschen an. Fink doof. Und das ist die C920, die ich mir gegönnt habe. Und warum habe ich sie mir gegönnt? Aus dem ganz logischen Grund für euch, dass ich im Hangout eine bessere Qualität euch bieten kann, denn ich bekomme ja auch demnächst meine Full Speed Leitung, also 50.000er Leitung bekomme ich endlich. Und wo kommt denn das hin? Ich habe mir schon ein paar, bevor ich mir eine Webcam gekauft habe, auch schon schlau gemacht, welche ich will und warum und weshalb ich diese jetzt will. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. So ist das nicht. Was ist denn das jetzt? Ich habe das da eben auseinander gepackt, das kann doch nicht sein. Selbst hier ist die Beule, also da muss das unten sein. Da ist so eine Beule schon mal hilfreich. Da kann man wenigstens zuordnen, wo was ist. So. Und dann haben wir hier die Kamera. Wir haben auch keine CD mit bei. Also bei meiner C270 war wenigstens noch eine Kamera mit bei. Äh, eine Software mit bei. Äh, auspacken, gleich Kamera. Kamera fixieren. Wir sollen sie anschließen. Auf logitech.com slash support slash 900 C920 sollen wir gehen. Das werden wir dann auch machen. Und dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Die brauchen wir im Prinzip äh, relativ gar nicht. Weil ähm, die Software ist selbsterklärend eigentlich. Die funktioniert jetzt gut. New Adress, Manufaktur. Okay. Hat eine neue Adresse auch noch. Okay. So. Und. Achso, hier ist auch noch Plastik drum. So. Habe ich mal wieder ein bisschen geshoppt. Ja, habe ich jetzt hier eine schöne Full HD Kamera. Von Logitech mit. Jetzt kommt Stereo Mikrofonen. Also praktisch da ist Mikrofon drin. Und dort ist ein Mikrofon drin. Das werden wir uns dann nachher mal ankicken, wie die Qualität ist. Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen baff, dass die so klein ist. Weil die sah auf den Bildern auch aus. Und die ist gar nicht so groß. Die ist eher schön klein. Also. Oh, wir haben hier so einen Schraub. Was sieht man da? Wir haben hier so einen Schraubgewinner. Also mit einem Tischstativ. Könnte ich das rein theoretisch so auf den Tisch stellen. So. Und könnte filmen in Full HD. Oh, da könnte ich für, da könnte ich für Odin Dampft mit die Videos machen. Dann brauche ich nicht mein Stativ hier mal umtauschen. Weil das ist ja auch Full HD. Na, das werde ich auf jeden Fall mal testen. Da werde ich mir dann vielleicht doch die nächste Zeit mal noch ein Tischstativ zulegen. Aber wie gesagt, das hat halt Stereo Mikrofone und ist in Full HD. Ich hoffe, der Hangout macht das auch relativ vernünftig. Ich hoffe, ich habe hiermit vielleicht noch mal ein bisschen bessere Kameraqualität als mit der C. Äh, 270. Die werde ich gleich auch anschließen. Und dann werde ich sie mir angucken. Das soll jetzt erstmal nur so die Vorstellung gewesen sein. Heute Abend kommt nämlich, kann nämlich jetzt nicht mehr dazu machen. Weil ja, wir gucken gleich noch einen schönen Film. Aber heute Abend mache ich ja Hangout, wenn die Kleine im Bett ist. Weil heute ist Freitag und da werde ich die mit für benutzen. Also die hauptsächlich dafür benutzen. Jetzt zeige ich euch nochmal was, was ich mir angekickt habe. Also wir können die praktisch hier komplett auf dem Tisch stehen lassen. Können die auch hier so uns justieren. Wo haben wir denn das andere Ding? Ah, hier. Zack, weg damit. Oh, hätte ich mal doch noch drauf lassen können. Ja, und da haben wir hier schön Gummi. Hier oben ist Gummi, damit wir das schön dann so an Dings ran machen können. Ne, wartet mal, das ging noch irgendwie. Da, so, genau. So. Da kann man nämlich hier umdrehen. So. Das heißt, ich kann das dann hier oben am Laptop. Ich muss nochmal ein bisschen rauszoomen, dass ich euch das besser zeigen kann. Oben am Laptop einrasten. Und den Fuß hier unten gegen. Weil ich habe ja hier einen dünnen Laptop. Ja, kann ich so dagegen machen. Und dann ist es schön stabil fest. Nicht nur so wie bei den anderen, wo man einfach so gegenpackt und dann hält es schon. Ne, wir haben hier extra noch Gummi und was wir denn noch so richtig ran schieben können. Was das alles ein bisschen fester macht. Lass mich da jetzt gleich mal überraschen. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, dass ich mir jetzt hier eine Full HD Kamera geholt habe. Für euch. Und dass ich euch dann noch ein bisschen mehr Qualität bieten kann. Soll auch nur ein kleines Unboxing und ein kleines Vorstellungsvideo gewesen sein. Die Qualität werdet ihr jetzt in der nächsten Zeit logischerweise mitbekommen. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ahoi. Sagt euer Odin. Sagt. Sagt. Sagt.